Pizmeat Baby! Ja, wir sind heute wieder bei FIFA Ultimate Team und ihr habt gerade mal meine hübsche Handyschale bewundert. Die könnt ihr im Shop bei uns, glaube ich, kriegen. Ich kriege immer so viele Nachrichten. Ne, wo kriege ich denn so eine coole Handyschale her? Ja, bei uns im Spreadshirt Shop. Das ist auf unserer YouTube Seite einfach da irgendwo verlinkt. Müsste, sollte. Genau, T-Shirts und so einen anderen Scheiß. Leider nicht für alle Handys irgendwie was. Naja, aber wollen wir gar nicht lange quatschen. Wir wollen nämlich hier mal ein bisschen zeigen, was wir so in den letzten Tagen gemacht haben. Ich habe den einen oder anderen Menschen hier vertickert, weil ich doch dann mich auf zwei Mannschaften ja konzentrieren möchte. Habe ich doch einen Großteil meiner meiner französischen Leute Landsmänner verkaufen können und bisher auch sehr gewinnbringend. Ich habe alle so reingestellt, dass ich kein Minus machen würde und ich glaube bei jedem hier wurde mehr bezahlt. Das heißt immerhin, na gut, Meness hat mal wenigstens einer ein bisschen versucht zu bieten. 32.250 mehr. Ach ne, schon kein Bock mehr. Ja, und die anderen Leute, die muss ich nur gucken, dass ich die quit werde. Bin auf jeden Fall dabei, ja, hier ein bisschen was zu machen. Wir werden morgen ein bisschen das deutsche Team betrachten, was ich mir da so gebaut habe und heute in der Folge werden wir noch mein Barclay Team betrachten. Ich werde heute mal versuchen zu zeigen und zu belegen, dass der blaue Bail selbst mit richtigen Sachen, ja gut, dann müsste ich da jetzt noch eine Position verkaufen, eine Formatierung verkaufen. Formation! Mein Gott! Ha! Formation verkaufen für Hazard natürlich das gleiche. Das machen wir dann mal. Im gleichen Zug können wir eigentlich auch für den Aguero direkt was kaufen. Also, dann gehen wir mal shoppen. Dann gehen wir mal shoppen. Ist ja eigentlich ganz cool, jetzt wo wir ein bisschen Geld haben. Mindestpreis werden wir wohl setzen müssen, sonst kriegen wir da jeden Mist raus. Wir wollen aber nur 4.1.2.1.2 haben. Was habe ich denn jetzt gemacht? 4.1.2.1 so möglichst nur und mal gucken, wie teuer die gerade ist. Ich habe letztens schon angefangen zu gucken, da wurde mir fast schlecht. So Preise, so Preise, Junge! So Preise! Ging gar nicht. Nein, die bezahle ich auch nicht, da bin ich nicht bereit zu zahlen. Was? 890! Ja, 8900 wird geboten. 8800, da ist jemand richtig heiß auf die Aufstellung. Wollt ihr mich veräppeln? Da kauft sich gerade einer alle Aufstellung oder was? 40 Minuten. Geht denn hier ab? Hä? Total strange. Wieso bin ich jetzt schon bei 40 Minuten? Wie geht das denn? Also entweder stimmt hier etwas nicht. Mit den 2500 bin ich schon viel zu hoch. Ich bin schon viel zu hoch. Alter, was ist denn gerade los? Sind gerade große Packs und alle machen Pack Opening für die neuen Aubameyangs. Ne, Aubameyang heißt der ja. Ich habe mir das ja mal anhören lassen. Hier bei Bild.de gab es irgendwie Ja, wir stellen alle neuen Spieler vor und sprechen ihn mal aus. Da habe ich endlich gelernt, dass der Gündogan, wie ich ihn immer gerne nenne, Gündogan ausgesprochen wird. Also das G irgendwie gar nicht betont wird. Gar nicht da ist quasi. In seinem Namen. Und Alter, wie viele Dinger hier sind. Pfff. Das ist ja heavy. Ähm. Oder sind alle weggekauft und keiner hat einen drin stehen? Ah. Ich weiß. Ich weiß. Es war nämlich hier Maintenance und gerade sind alle Dinger wieder reingekommen. Achso. Achso. Ja, das erklärt natürlich einiges. Das erklärt einiges und das heißt nämlich auch, dass hier gerade alle Leute ihre dummen Karten reinstellen. Ähm. Und dann werde ich mal direkt bei Sofortkauf gucken gehen. Alles, was unter 7500 ist. Geil. Ne, Höchstpreis, das geht ja auch nicht. Das ist ja auch total unlogisch. Ähm. Dann müssen wir mal zu einer Stunde und dann werden da wahrscheinlich sekündlich welche aufploppen. Eigentlich ziemlich cool. So kann man vielleicht das ein oder andere Schnäppchen machen. Mal gerade alle Leute ihre Sachen reinstellen und dann Boom. Dann Boom. Dann Boom. Mal schauen. Ähm. Aber natürlich auch voll die übertriebenen Preise. also geht richtig geil ab hier in der ersten Stunde, wo es wieder online ist. Ich glaube, es ist auch wirklich seit zehn Minuten erst online. Ähm. Weil ich habe echt drauf gewartet. So, hm. Ich will aufnehmen. Ich will aufnehmen. Braucht die Folge noch? Ähm. Weil wir ja in München sind jetzt am Wochenende und da muss ich noch ein bisschen, äh, ja ein bisschen vorbereiten. Damit ihr auch auf jeden Fall am Samstag und am Sonntag eure Folge FIFA bekommt. Sonst, äh, sehe ich den einen oder anderen vielleicht sogar weinen. Auf meiner Finnwand. Das wäre es ja mal. Das wäre es mal. Ne, das wollen wir nicht sehen. Wir wollen es nicht sehen. Deshalb, ähm, nehmen wir ein bisschen vor auf. Und das geht ja bei FIFA eigentlich auch ganz gut. Ähm. Ja. Der Aubameyang, habe ich gehört, soll sehr, sehr teuer sein. Sehr, sehr teuer. Und sehr, sehr gefragt. Natürlich. So einen starken Spieler. Hallo. Äh, ohne Quatsch. Alter, jetzt kommt hier alles rein. Ich will jetzt aber hier nicht alles sehen. Komm, ich will nur eine 4-1-2-1-2-Karte gesehen. Das finde ich nämlich echt noch richtig mies und einen richtig miesen Mangel, dass man nicht nach Formationen ordnen kann oder auch Positionen bei den Positionskarten. Da sucht man sich echten Affen und teilweise, ja, so wie ich hier, so mal eine Stunde. Und ich kämpfe mich hier gerade vor. Und ich glaube, es hat keinen Sinn in diesem Preissegment sich zu bewegen. Ich glaube, ich werde eh einfach auf 3-5 hochgehen. Dann habe ich zumindest schon mal alle glitzernden Karten nur. Noch und bin direkt bei 41 Minuten. Und presche mal so ein bisschen zu den 59 Minuten. Da müsste man sich auch, äh, antummeln, sehen, wenn man denn was, äh, vernünftiges finden möchte. Mal ein Schnäppchen oder so. Äh, das geht ja jetzt doch ganz schnell. So. 7.000 Sofortkauf. Dort ist das schon mal besser als die 9.000, die wir gerade gesehen haben. 7.000 Sofortkauf. 7.500. Gut, dass wir schon gefiltert haben auf 7. 7.000. 7.000, 7.000, 7.000, 7.000. Ich bereite 7.000 zu bezahlen. 7.000 war jetzt gar kein schlechter Preis. Ähm, mal gucken, was denn hier so ist. 7.2, 7.1. Ach, Leute, Leute, Leute. Das kann doch nicht angehen hier. Was hatten wir denn hier vorne? Ich guck nochmal kurz. Wir gehen jetzt mal auf 7.000. Wir wollen ja hier jetzt gleich spielen. Das kann ja nicht sein. Dann können wir quasi direkt, direkt unser wohlverdientes Geld, was wir mit den blauen Karten so gemacht haben, können wir direkt wieder ausgeben hier in Positionskarten. Und, ähm, ja. Mal schauen, was ist. Hier war noch 7.5, 7.5. Ah, 5.000 ist nicht die richtige Aufstellung. Wow, 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 7.3. Nee. Also, hier nochmal aktualisieren. Wenn man zur Seite switcht, dann aktualisiert der alle 10 Sekunden, glaube ich. Wenn man alle 10 Sekunden mal zur Seite switcht, dann aktualisiert der hier die ganzen neuen und coolen Sachen. Wir bräuchten mindestens zwei. Also, für den Bale und für den Hazard würde ich auf jeden Fall eine kaufen. Ähm, natürlich, also ein bisschen frech. Die gehen ja schon weg wie die warme Semmel hier für 7.3. Das ist eigentlich schon ein bisschen frech. Schon Abzocke. Und die funktioniert dann auch noch. Leider, leider, weil wir gerade nämlich hier Mühe und Not haben. Und wir zumindest auf jeden Fall jetzt spielen wollen. Auch mit der Mannschaft. Weil morgen gibt es nämlich erst die Bundesliga-Mannschaft. Mal noch ein bisschen Squadbilder. Sag noch ein bisschen was zu den einzelnen Spielern. Äh, so wie beim Barclay-Team auch. Und dann werden wir mal schauen, wie denn das Bundesliga-Team so abgeht. Und ob er denn was gebracht hat, dass ich da ein bisschen umgestellt habe. So. Dann haben wir noch den Hazard. Den müssten wir noch von RA. Ne, das reicht. Das reicht. Das reicht für den Anfang. Um zu gucken, ob er richtig scheiße spielt. Oder richtig geil. Wird das wohl reichen. Oh nein. Nicht mit Bieten. Sofortkauf. Dann kaufen wir dem Aguero noch eine Schick-Karte. Das hat er sich verdient. So viele Tore, wie er schon geschossen hat. Das wird ja wohl drin sein hier. Da. Aguero. Aguero. Nice. So. Hat er auch seine Karte. Ist er auch glücklich. Den Bail, dem konnte ich schon Positionskarten geben. Die hatte ich schon. Ähm. Und noch. Und ja. So sieht's aus. Bail gegen Bail getauscht. Äh. Ein bisschen krass besser. Wir können ja mal gucken, wie viel krass besser an den anderen. Hab ich den schon verkauft? Nooo. Den hab ich glaube ich schon verkauft. Oh. Jetzt seht ihr hier meine ganzen Spieler. Oh. Oh. Muss ich jetzt hier. Ne. Ne. Das können wir nicht machen. Ne. Leute. Hier. Such mal wieder nach Bronzespielern. Dann platzieren wir ein paar Bronzespieler. Das geht ja gar nicht. Das geht ja gar nicht. Also Reus hab ich noch in meiner deutschen Mannschaft. Weil Reus eigentlich sehr solide ist. So viel kann ich schon mal verraten. Ähm. Ja. Hier hab ich Koschelny nochmal reingepackt. Ähm. Einfach mal für Vermählen. Einfach mal zu gucken. Was sich denn hier jetzt tut. Dann hab ich den Manager wieder reingepackt. Weil äh. Wahrscheinlich bringt das eh nix. Wahrscheinlich war das einfach nur von dem Benni. Äh. Oder von dem Zuschauer von Benni. So ein Hirngespinst. Ähm. Dass es damit besser läuft. Einfach dieser Random Faktor. Der sowieso immer überall drin ist. Äh. Dass es damit besser läuft. So. Suchen Gegner. Suchen Gegner. Komm schon. Ach ja. Äh. Äh. Bisher bin ich sehr zufrieden mit der Mannschaft. Das ist echt unglaublich. Wie gut man mit dem Dreieck da vorne spielen kann. Jetzt bin ich mal gespannt wie ich mit meinem Bail da spielen kann. Weil sonst ging er auch ziemlich gut. Ab war richtig stark. Und ich spiel gegen ein Silber Team. Was irgendwie aus Griechen besteht. Jay war ja mit den Griechen im äh in der Europa-Orakel-Saison sehr sehr stark. Also da hat er uns ja teilweise mit frisch gemacht. So krass wie die abging. Äh. Wer weiß ob es das Momentum war. Oder einfach die Griechen äh voll die Pornos sind. Wer weiß das werden wir jetzt sehen. Ich würde mal sagen meine Mannschaft ist ungefähr das äh. Eine-Millionen-fachste Wert. Ja. Bombe Aguero schonmal. Hat schonmal den Beifahrt tingelt. Sehr gut. Mit Koscielny konnten wir da. Oh. Das war schonmal scheiße. Nasri. Das sollte eigentlich direkt durch zum Hazard. Der glaube ich da lief. Aus Hazard. Uh. Sehr schön. Aber dann gut getackelt. Oh. Was war das denn? Okay. Hier vorne mein magisches Dreieck ist gerade ein bisschen am rumquippen. Da ist ja nichts mehr magisch dran. Das war ja unter aller Sau Leute. Und da hat selbst der Hazard Schwierigkeiten hinter ihm herzurennen. Hinter diesem kleinen Griechen. Und. Und. Jawohl. Jawohl. Auch wenn Balotelli irgendwie geklaut hat. Also es war auf jeden Fall ein Goal-Steal. Auf jeden Fall. Der Aguero hat ihn schon drin gehabt. Und dann hält er nochmal seinen Fuß da dran. Und dann. Jaja. Das war jetzt mein Tor. Auf der Linie. Haha. Hammerhart. Jawohl. Voll gestealt. Ey. Dem würde ich ja eine geben. An Aguero Stelle. Dem würde ich ja richtig eine geben. Dem Balotelli. Ey. Da geht der dann noch dran. Ich habe kurzzeitig wirklich. So richtig Schiss gehabt. Dass es. Abseits war. Äh. Weil es doch. Schwer danach aussah. Ah. Komm Bale. Nice. Und dann kann der Torwart nicht halten. Und Nasi steht perfekt da an dieser Position. Und kann den Abpraller dann direkt verarbeiten. Und der Torwart. Fliegt einfach mit dem Ball ins Netz. Jawohl. Sehr gut. Man startet ja schon ganz gut hier gegen die Griechen. Ist ja schon gar nicht so verkehrt jetzt gerade. Schon mal ein guter Einstieg. Aber. Ich habe schon genug Spiele gehabt. Wo ich nachher trotzdem noch 6-2 verloren habe. Das heißt nicht, dass wir jetzt hier alle platt machen. Auch wenn das gerade ein bisschen so aussieht. Weil seine Spieler echt ein bisschen scheiße sind. Also. Verlieren ziemlich heavy den Ball. Und der Torwart scheint echt nicht der Beste zu sein. Aber vorne ist er echt schnell. Und da setzen sie sich auch gut durch jetzt gerade hier. Oh. Was ein Ball. Gegen den Pfosten. Ich sag ja. Da ist einiges drin bei den Griechen. Nice. Was. Nein. Auf der Linie gehalten. Hahaha. Alter Vater. Ey. Dann. Der Lurie. Der geht ja auch irgendwie gar nicht mehr. Dann ist er irgendwie gefreezt. Und hat nur darauf gewartet, dass der Ball kommt. Und ich habe gedacht. Nein. Das kann nicht sein. Der muss reingehen. Man schießt ja den so beknackt in Richtung Torwart. Oh. Das war schlecht. Wallotelli. Da hätte ich mehr von dir erwartet. Du bist ja so körperstark. Eigentlich. Ach. Vielleicht sind die Griechen auch körperstark. Machen alles fresh. Uh. Sehr schön. Hazard. Oh. Mann, Mann, Mann. Also auch hier müsste man eigentlich Bale und Hazard tauschen. Aber. Da Bale. Oh. Nein. Das wäre auch so eine hundertprozentige gewesen, ey. Da Bale ja in meinem anderen Team auch auf links stand. Ich möchte das gar nicht groß hier verändern. Weil ich möchte ja Vergleichbarkeit haben. Bisher. Äh. Ja. Noch keinen großen Unterschied gespürt. Hazard ist natürlich deutlich wendiger als Ben Arfa. Ben Arfa. Ben Arfa. Ich sag's nochmal. Ben Arfa. Nazri. Oh. Oh. Mein Gott. Mein Gott. Da hätte er beinahe ein richtig cooles Tor geschossen. Was mich sehr glücklich gemacht hätte. So. Na. Oh. Da wollte ich, da wollte ich zu viel, zu viel direkt. Da wollte ich auch mal direkt drauf bolzen hier. Mit Hazard. Habe überhaupt nicht geklappt. Klischi macht das schon. Oh. Das war richtig gut. Das war richtig gut. Ich glaube die Griechen haben auch bei Jay richtig gut geköpft. Und vor allem waren richtig Pace-ig Pace-ig Ist das ein Wort? Bestimmt nicht Jawohl, Bale! Und jetzt unten Oh, was, ne schlechte Flanke Komm schon, unten lief der so perfekt Da kann man leider nicht mit der Sanja Mal ein bisschen verpennt da zu gucken Da ging der natürlich voll in nix In nix So Oh, das war frech Oh, Bale, Bale, komm, geh doch hinterher Geh doch hinterher, komm schon Oh, das war ziemlich nice Das war ein richtig schöner Pass Und warum auch immer Klärt der Torwart den nicht einfach Das hätte ich jetzt gut gefunden Oh, da hat das nicht geklappt Da hat das nicht geklappt Wollte ich den anlupfen, damit er den nehmen kann Und einfach reingehen kann Ja, Futakis hat erstmal gelb gekriegt Er kennt ihn nicht, den Futakis Boom Hazard hat einfach mal drauf gebolzt Ah, schade Können wir nix mehr draus machen Hazard, kommt schon Oh Da dachte ich Der Balotelli so als Stürmer Bewegt sich noch ein bisschen weiter nach vorne Aber Ah, das wollte ich cool machen Mit dem Klischee, der da gerade angelaufen kam Und dann mal Ein Ableger drauf Und bumm Aber War nicht Oh, wie der Balotelli wendig ist Schon cool Aber zu viele Fehlpässe hier von den Griechen Man kann ja wirklich sagen, hier Griechen Voll cool Das wäre eine coole Sache Oh, das war nice Das war nice Und Balotelli kann ihn anschnibbeln Und auch noch reinmachen Sehr schön Also jetzt gerade nicht das heavyste Spiel Aber wir sind ja noch in Liga 2 Wir wollen ja gerade aufsteigen in Liga 1 Das wird wohl uns heute in dieser Folge möglich sein Juhu Das heißt Wir sind am Zapping Sunday Wieder in Liga 1 Wieder in Liga 1 zurück Naja Aber Hier noch ein Attack von den Griechen Oh, das war aber Nicht so toll Ausgeführt Da hätte er besser flanken können Das wäre auf jeden Fall gefährlicher gewesen Komm schon Komm schon Jawohl Koscellny rennt jetzt mal durch Nice Koscellny macht es Koscellny macht es Er reißt es hier Oh nein Da war er doch vom Ball her eigentlich dran Komm jetzt kannst du auch wenigstens Tor schießen Ja Okay, das war ziemlich schlecht gehalten vom Torwart Also Naja Dann doch kein Momentum hier an dieser Stelle Sonst müsste sein Team jetzt ultra stark sein Aber sein Torwart hält einfach wie Sau Unglaublich Ich weiß gar nicht War es auch wirklich ein Silbertorwart? Weiß ich jetzt gerade gar nicht Aber Ich meine das ganze Team war Silber Von daher Lässt er Die Silbertorwerte Und die Bronze Torwerte Vor allem Die lassen richtig gerne Die Bälle abprallen Und wenn du da einen Stehen hast Der sowieso immer nur drauf wartet Den Ball weg zu grabben Und dann Ja Hast du immer ein Tor Immer drauf schießen Bumm Abpraller Bumm Tor Vielleicht können wir das ja mal zeigen Nicht mit so einem schlechten Pass So Bälle hier gut unterwegs Klischee hat eine Bombe angenommen Für meinen Gegner Uh Aber Klischee ganz stark Im Zweikampf hier Gib dann halt mal Einen Freistoß Aber wen juckt es Boah war das eine coole Flanke Da habe ich gedacht Kann ich einfach den Torwart rausschicken Und dann war es das Aber dann dreht ihn nochmal So zur Seite weg Das war ziemlich stark Nein ne Da nicht Nicht zum Klischee spielen Das ist ein Fehler Uh Sehr schön angenommen Bale Ah Aber hier dann Ganz schwach Im Zweikampf Also ich muss echt sagen Der Bale Der spielt sich eher Keine Ahnung Nicht so stark Lol Jetzt macht das Mein Meiner auch noch Der Bale Der spielt sich irgendwie Nicht so stark Wie der andere Der andere war wirklich So voll verbissen Und Voll dabei Ich weiß gar nicht Ob der dann auch so Mämmig wie ein Stürmer spielt Dass die blaue Karte Da irgendwie abgewandelt wurde Aber er läuft schon mal gut Er bietet sich schon mal gut an Und wir probieren mal hier sein Sein Longshot Mit dem Außenriss Noch ein Ableger Und boom Ah Schade Schade Hazard Hazard Hätte beinahe noch einen Dropkick hier gemacht Uh Den wollte ich aber eigentlich nach unten Zum Bale haben Was ist mein Elfmeter Das war auf jeden Fall ein Elfmeter Alter was war das denn Für ein krasser Angestimmelter Schuss Vom Bale Hammer halt Äh Das war eigentlich ein Foul Also er versucht mit Dribbeln Hier irgendwie durchzukriegen Aber Ne Nicht gegen meine Abwehr Quatsch Kannst du vielleicht bei einer anderen Abwehr versuchen Aber nicht bei meiner Guck mal Was hier alles offen steht Da unten könnte ich einfach hinpassen Aber das ist mir eigentlich ein bisschen zu doof Ich will mal Ein bisschen was ausprobieren hier Komm Klichima Haha Haha Klischee Das war ja geil Also Man merke Nicht mit Klischee aufs Tor schießen Dann lieber doch abspielen Zumindest bei so Longshots Oh Was ein Zuckerpass Junge Ja Sehr geil Kriegt der Nazri den auf den Fuß Und Peng Peng Aber wie gesagt Man muss eigentlich nur dann auf den Torwart drauf schießen Und dann lässt er ihn abprallen Und irgendjemand kommt schon dran Die These konnte ich jetzt gerade mal beweisen Würde ich jetzt mal So sagen Also das war ja eiskalt Einfach mal aufs Tor geschossen Der Torwart Na mein Lurie hätte ihn wahrscheinlich gehalten Oder Irgendwie festgehalten Oder irgendwas mitgemacht Was sinnvoller ist Als den so doof abzuprallen zu lassen So doof abprallen zu lassen Dass ein gegnerischer Spieler da dran kommt Aber da haben wir direkt Da haben wir direkt Den ersten Bock Den ich da gebracht habe Da konnte der Lurie nicht so viel für Das war eher mein Fail So Bale Zeig mal was du kannst Gegen den Silberspieler Ja Bombe Lauf ich erstmals aus Aber Stark war das auf jeden Fall nicht Also der hat den Amand kleben Und dann Wurde er auch schon Ziemlich langsam Und dann kam auch der Geile Silberspieler damit Probier noch mal ein bisschen Den Bale Den Bale Den Bale mit einer coolen Flanke Oh Das war mal ein cooler Dropkick Das war wirklich mal ein cooler Dropkick Kurz vorm Boden Einfach in die Ecke Alter Vater Schön mal Hotelie Schön Ich bin über der Linie gewesen Haha Also ich würde sagen Wir steigen auf Da hält mich jetzt Nichts mehr von ab Und das finde ich Awesome Awesome Oh sehr schön Oh Wäre der da jetzt durchgegangen Dann wäre es auf jeden Fall Wieder ein Tor Ah Das habe ich doch gesehen Junge Das habe ich gesehen Sehr schön Weiterspielen Auf den Hazard Der hier so ein bisschen Rumdümpelt Bale Boah Was ein harter Schuss Aber so unplatziert Da kann selbst der Silber Torwart da was halten Oh da will keiner hin Dort finde ich gut Ach komm Das war ein bisschen Ein bisschen offensichtlich Nicht dass ich da mir den Nach hinten lege Denke ich Erstmal hier Voll abschirmen Voll auf Oh gar nicht schlecht Gar nicht schlecht Und dann noch super durchgesetzt Nein Was war das denn Meine Verteidigung hat sich Voll aufgelöst Und irgendwie habe ich Habe ich nicht damit gerechnet Da dem sein Kackspieler Meinen coolen Verteidiger Den Ball abluckst Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet Da habe ich mich richtig Natzen lassen Ach ja Ach ja So Oh komm Aguero Schade Und das steht aber gut Oh das war aus der Drehung Das konnte auch nicht viel werden Sehr schön Oh das war Was war das denn Wieso habe ich denn nicht Den Den Touré da gekriegt Oh gar nicht schlecht Sehr schön Sehr schön gemacht Junge Aber mein Sanjar Der passt gut auf Der passt gut auf Und wir versuchen es wieder Über den Bail ein bisschen Müssen auch mal ein bisschen Spiel System hier reinbringen Dass wir So unsere Taktiken haben Dass wenn wir mit Bail So geil spielen Wollen Da müssen wir auch mit dem Ein bisschen was anfangen Und den auch mal schicken Oder was Aber so richtig gebracht Hat er das leider noch nicht Oh wie der nicht Vom Ball zu trennen ist Ohne Witz So immer den Bail schön anspielen Der verteilt Ziemlich gut die Bälle Eigentlich Oh da war frech gegrätscht Wie gut er grätscht Legt mich fett Vielleicht hätte ich das jetzt Gerade wirklich auch mal Machen sollen Mit der Hacke geklärt Ohne Quatsch Komm Koschelny ey Unglaublich Ja Hazard lief eigentlich Ziemlich gut Und ich habe es ein bisschen Spät gesehen Oh schlecht Ganz schlecht Oh Jawohl Hahaha Nein Jetzt haben sie sich Gegenseitig überlaufen gerannt Hahaha Nee 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 Was war denn Ein chaotisches Spiel Aber sein Q Ich versuche es gar nicht Auszusprechen Ich mache es auf jeden Fall falsch Ich versuche es gar nicht Er ist aber zwei Tore Immerhin gekriegt Hätte nicht Hätte ein bisschen Safer spielen sollen Dann Wenn ich auf 0 Aus gewesen wäre Aber gut mit 6 Toren Oder 5 Oder 4 Vorsprung Kann man auch mal Ein bisschen Ein bisschen was ausprobieren Das haben wir heute getan Ein bisschen Den Bail Das ein oder andere Mal Angespielt Wie viel Erfolgreiche Pässe 13 27 Hat der Nasri 27 Pässe Wirklich wichtig Der Mann Flanken Erfolgreich Bail 0 2 Kämpfe Gewonnen 0 Aber immerhin Von 0 Das heißt er hat auch Keine verloren Fitness geht natürlich Im Boden Abgefangene Dribblings 7 von 9 Ist schon mal Gar nicht so schlecht Aber der Hazard Hat mit 12 von 15 Schon mal ein bisschen mehr Und der Nasri sowieso Schüsse aufs Tor 3 von 4 Ja Hat auch mal welche reingemacht War ja ganz gut von Bail Ähm Aber Leute Dass ich jetzt sagen würde Ich müsste mir jetzt den Für 1,5 Millionen kaufen Sehe ich noch nicht Ihr könnt ja mal in den Kommentare schreiben Was euch an dem besser gefallen hat Oder auch nicht Und Was ihr davon haltet Ja Dass der jetzt im Endeffekt Naja Nicht viel besser war Oder Ob ich da total falsch liege Und der einfach göttlich gelaufen ist Und ich das einfach nicht sehe Und einfach Naja War ja auch ein Relativ Einfacher Gegner Mit der Mannschaft Die war Halt vom Torwart Echt schwach Sonst offensiv hat er sehr gut gespielt Äh Nur der Torwart war echt schwach Äh Vielleicht deshalb auch So viele Tore dann von Bail Ähm Naja Schreibt es einfach mal rein Wir diskutieren einfach mal Und ihr seht es dann morgen in der Nächsten Folge Nochmal das Team Und dann halt auch das Bundesliga Team Was wir neu bauen Ähm Und dann auch direkt vorstellen Und dann auch direkt mal erwähnen Was wir denn mit dem Team Dann noch vorhaben Das wollen wir auch So ähnlich testen wie hier Und dann mal den ein oder anderen Coolen Blauen Spieler Kaufen Und gucken wie der so ist Also ich wünsche euch noch einen schönen Abend Leute Haut rein Macht's gut Und immer schön Piet's Meat bleiben Tschüss!